Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe heute richtig interessante Informationen für euch. Season 11 neue Map, warum Kings Canyon für längere Zeit verschwinden könnte, Änderungen an der Mechanik des goldenen Körperschilds, sehr interessant. Aim Assist Nerf, Seer Nerf und so weiter und sofort interessante Informationen. Ich gehe ins Detail gleich drauf ein, aber vorher noch ein Shoutout in eigener privater Sache. Ich bin ja jetzt schon seit drei Wochen wieder im Arbeitsleben, hatte davor zwei Monate Elternzeit. Jetzt bin ich natürlich wieder im festen Sattel der Arbeit. Familie ist zu Hause. Jetzt habe ich natürlich deutlich weniger Zeit. Das habt ihr auf YouTube und auf Twitch wahrscheinlich schon mitbekommen. Wird sich so im Maße auch nicht mehr groß ändern. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, irgendwo aktiv zu bleiben. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn er am Start bleibt. Und ich versuche natürlich einmal die Woche auch ein geballtes Video, wenn ich es sonst nicht schaffe, für euch rauszuhauen. Also im Allgemeinen müsst ihr euch leider daran gewöhnen, dass es ein bisschen weniger wird. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis, bleibt aber trotzdem am Ball. Das war es jetzt soweit davon. Jetzt fangen wir mit den News an. Kings Canyon. Da ist die Vermutung sehr, sehr nah, dass diese Map wahrscheinlich für längere Zeit, ich denke nicht für immer, weil diese Worte habe ich auch von einem anderen YouTuber schon gehört. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Kings Canyon komplett von der Bildfläche verschwindet. Aber wir bekommen ja aller Voraussicht nach in Season 11 eine neue Map. Tropic Island ist zumindest in den Gamefiles aktuell noch immer der Name. Ob die Map im Endeffekt wirklich so heißt, glaube ich jetzt tatsächlich fast nicht. Weil für mich klingt das ein bisschen unkreativ. Tropic Island ist auf jeden Fall eine tropische Insel. Und so weiter. Und es gab schon verschiedene Comics, wo das so ein bisschen geteasert wurde. Auf Tropic Island gibt es auch andere Fahrzeuge, die den Tridents auf Olympus ähnlich sehen. Die Spinnen, die wir aus dem Halloween-Event kennen, die sollen dort auch zu Hause sein und so weiter und so fort. Viele Informationen gibt es diesbezüglich, aber noch nicht. Aber man vermutet eben, dass Kings Canyon genau deswegen in Season 11 für längere Zeit verschwindet, weil wir sonst eine 4-Map-Rotation hätten. Es macht keinen Sinn, jetzt zum Beispiel World's Edge zu entfernen mit einem fetten Map-Update, was jetzt in Season 10 erst kam. Olympus gibt es noch nicht so lange. Demnach zufolge könnte es tatsächlich so sein, weil 4 Maps auf einmal und ein Split wechselt. 2 Maps im ersten Split, 2 Maps im zweiten Split. Könnte auch noch eine Möglichkeit sein. Glaube ich aber fast nicht. Oder am Anfang 3 Maps und Kings Canyon war am Anfang nicht und im zweiten Split vielleicht statt Kings Canyon World's Edge raus und so weiter und so fort. Das sind alles Möglichkeiten, aber es könnte tatsächlich so sein, dass es Kings Canyon sein wird, weil es nun mal die längste Map in Apex Legends ist. Jetzt kommen wir zu Seer. Seer soll wohl nochmal einen Nerf bekommen. Wieder auf seine taktische. Das sind nur Informationen, wann das passiert. Ob das erst in Season 11 passiert oder vielleicht zum Split 2, wenn das Town Takeover-Event um Rampart kommt. Das könnte natürlich auch sein. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich der Wallhack ein bisschen angepasst wird. Ich finde 8 Sekunden getrackt zu sein, das ist eine krasse Summe. Ich gehe mal davon aus, vielleicht so 2-3 Sekunden, die da reduziert werden. Das ist meine Vermutung, aber es soll auf jeden Fall was kommen. Ob das jetzt aber in Season 10 passiert, ist noch unklar. Jetzt kommen wir zum Aim Assist. Das ist eine Wahnsinns-Sache. Und hier muss ich nochmal betonen, ich weiß nicht. Es heißt nur Controller-Spieler. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in Verbindung mit PC-Spielern ist, die von Maus und Tastatur auf Controller wechseln. Weil dort der Aim Assist, wenn du auf Controller wechselst, wohl stärker agiert, als wenn du mit Maus und Tastatur spielst. Die Diskussion ist aufgeploppt bei das Tab-Straffing. Ja, ich habe darüber nicht berichtet, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon irgendwo gehört. Das Tab-Straffing wird im nächsten Patch entfernt. Wer das nicht weiß, Tab-Straffing ist eine Movement-Technik, mit der wir während des Springs von mir aus mit dem Octane Jump Pad geradeaus fliegen und auf einmal eine 90-Grad- oder sogar eine 180-Grad-Drehung machen können usw. Googelt es einfach mal. Vielleicht mache ich hier auch ein kleines Video mit rein, damit ihr euch das mal angucken könnt. Keine Ahnung, was ihr davon haltet. Auf den Konsolen ist das Tab-Straffing wohl nicht möglich. Geht nur auf PC. Und es ist natürlich jetzt eine Riesendiskussion unter den Pro-Playern, dass es nicht in Ordnung ist, dass das jetzt entfernt wird. Da wollten sie schon Petitionen starten usw. Dass das bitte am Leben gehalten werden soll. Weil sonst das Movement, für das Apex Legends extrem bekannt ist und sehr beliebt ist, stark beschnitten wird. Und dann haben viele sich aufgeregt und haben gesagt, ja, wenn ihr jetzt das Tab-Straffing aber entfernt, dann muss im Gegenzug der Aim-Assist für Controllerspieler reduziert werden. Wo ich mich jetzt ehrlich frage, was hat das Tab-Straffing als Movement mit einem Aim-Assist zu tun? Keine Ahnung, aber die Stimmen werden lauter, dass es tatsächlich so ist, dass der Aim-Assist reduziert wird. Ich gehe, wie gesagt, nach wie vor davon aus, dass es nur PC-Spieler betrifft, die auf Controller spielen. Und auf den Konsolen müssen wir mal sehen. Da gibt es noch keine Information, ob es wirklich alle Plattformen betrifft. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Und es ist auch nicht klar, ob das überhaupt kommt. Aber die Stimmen werden immer lauter. Wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen. Siernoff habe ich erzählt. Neue Map ist klar. Da gibt es jetzt noch nicht so viel. Aber der Zyklus ist ran, dass die Abstände zwischen World's Edge und Olympus und jetzt Olympus und einer neuen Map wieder ran ist. Das heißt, in Season 11 müsste es eine neue Map geben. Und bevor ich das jetzt noch vergesse, blende ich euch die Informationen für das goldene Body Shield ein. Habe ich lange drauf gewartet, bis heute nicht verstanden, warum das so ist. Ihr kennt es wahrscheinlich. Ihr habt vielleicht ein rotes Körperschild. Wollt auf Gold wechseln. Und ihr müsst ständig diesen Loot-Button gedrückt halten. Das ist mega belastend. Vor allen Dingen, wenn du in der Hektik vielleicht das Body swappen willst. Und das aber nicht geht, weil du es gedrückt halten musst. Das soll im nächsten Patch rein implementiert werden, sodass wir nur ganz normal mit einem Tastendruck das ändern können. Und wir dann das goldene Body Shield ausrüsten können. Und im nächsten Patch soll auch das Tab Straffing entfernt werden. Wie gesagt, ich weiß, dass ihr das wahrscheinlich alle schon irgendwann irgendwo in den letzten Tagen gehört. habt. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.